Unsere Kunden entscheiden sich für Cofreo, weil wir vom Markt kommen. Wir kennen diesen Markt, wir kennen diesen Markt schon sehr lange und begleiten ihn auch schon sehr lange. Und das ist das, wir können mit dem Kunden uns über Dinge unterhalten und diese Probleme verstehen und umsetzen. Das ist für uns sehr wichtig. Wir können diese Dinge in der Software umsetzen. Wir sind eine Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, wir müssen nichts speziell bauen für den Kunden. Wir sind ein Standard. Das, was wir haben, stellen wir dem Kunden einfach zur Verfügung. Das ist relativ einfach installiert. Wir haben keine Anlaufkosten, wir haben keine Schulungskosten. Wir haben all diese ganzen Dinge, die man sich landläufigerweise vorstellt, wenn man eine Software implementiert, die gibt es bei uns nicht. Wir haben das Thema, und da sind wir alleine am deutschen Markt, wir haben das Thema für uns, dass wir im B2C-Bereich stark sind. Das heißt für uns die Kommunikation zum Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. die Prozesse zum Mitarbeiter zu vereinfachen, klarer zu gestalten und damit den Kunden auch das Thema zu geben, wie kann ich mich gegenüber den Kandidaten und Mitarbeitern auch als cool zeigen, modern zeigen und als modernes, cooles Unternehmen wahrgenommen werden. Ich denke, das sind die Punkte, die uns ausmachen. wunderschöne 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 Untertitelung des ZDF, 2020